Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Wenn du wissen willst, was der Unix Timestamp ist oder du noch nie etwas über diesen Begriff gehört hast, ist das Video genau richtig für dich, denn das ist eines der wichtigsten Themen, die zu dem Grundwissen eines jeden Informatikers gehört. Generell das Video ist gesponsert von mir selber, mehr dazu am Ende des Videos. Ich habe dazu jetzt einmal eine kleine Website geöffnet, wo wir uns den aktuellen Unix Timestamp angeben können. Erstmal die beiden Teilbegriffe Unix und Timestamp. Also erstmal Timestamp, das ist einfach ein numerischer Wert, der einen Zeitpunkt angibt. Wir kennen ja Zeitpunkte als Datum, sowas wie Tag, Monat, Jahr, dann noch Stunde, Minute, Sekunde. Und wenn man es ein bisschen übertreiben will, vielleicht noch Millisekunde. Der Unix Timestamp ist jetzt eine relativ große Zahl, wenn man die jetzt einfach sich so anguckt. Die zählt nämlich jede Sekunde genau um eins hoch. Seit dem 1. Januar 1970 zählt er genau einen hoch. Und ja, der Begriff Unix ist ja ein Operating System oder eine Familie an bestimmten Betriebssystemen, welche in den 60er, 70er Jahren entwickelt worden sind, worunter ja auch Linux und Mac zum Beispiel gehören würde. Aber der Timestamp hat jetzt nichts mit einem speziellen Betriebssystem heutzutage zu tun, sondern wird eigentlich überall verwendet. Und jetzt habe ich gesagt, seit dem 1. Januar 1970 wird dieser hochgezählt. Und jetzt sind wir zum Beispiel gerade, also ich sehe auch das Datum hier, nämlich wir sind beim 29.08.2022, 15.30 Uhr. Da als wichtiger Hinweis, das ist jetzt 15.30 Uhr bei dieser Greenwich Mean Time. Also die europäische Sommerzeit in Deutschland ist zwei Stunden weiter. Also die europäische Sommerzeit, wozu Deutschland gehört, wäre UTC plus 2. Also es gibt ja verschiedene Zeitzonen auf der Erde. Und diese hier wäre UTC und Deutschland hat im Sommer UTC plus 2. Das heißt, wenn man jetzt so eine große Zahl hat, kann man die in den, eigentlich in allen Programmiersprachen auch dann formatieren zu einem Datum, dass man das Jahr, Monat, den Tag sieht. Bei der Stunde ist es halt so, je nachdem in welcher Zeitzone man sich befindet in seiner Anwendung, muss man das beachten. Also jetzt hier müsste man jetzt halt zwei Stunden draufrechnen zum Beispiel, für, wie gesagt, die deutsche Sommerzeit. Und dieser Wert, den kann man halt zu so einem Datum konvertieren, beziehungsweise das Datum kann man dann zu einem Wert konvertieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, von meinem Geburtsdatum, sage ich jetzt einfach mal, will ich den Unix Timestamp wissen. Ich sage einfach mal, ich wurde um 17 Uhr geboren ungefähr. Könnten wir das konvertieren und das wäre hier der dementsprechende Unix Timestamp. Was bringt einem das jetzt? Jetzt habe ich euch gesagt, wofür diese Zahl steht. In vielen Operating Systems oder Programmiersprachen kann man halt den aktuellen Zeitpunkt kriegen, durch genau diesen Timestamp. Und der müsste dann gegebenenfalls nochmal mit weiteren Funktionen konvertiert werden, beziehungsweise diese Timestamps hier könnte man auch nutzen, um Zeitpunkte in der Datenbank abzuspeichern, weil das einfacher ist, diese große Zahl in Anführungsstrichen in der Datenbank abzuspeichern, als dieses formatierte Datum, weil das ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Integer-Werte wären. Und dieser Timestamp wäre zum Beispiel nur ein Integer-Wert. Integer ist auch schon das Stichwort, nämlich es gibt jetzt ein Problem. Ursprünglich würde dieser Unix Timestamp als unsigned Integer mit 32 Bit angegeben. Das heißt, wir können bis 2 hoch 32 minus 1 abspeichern, die Werte, oder 2 hoch 32 minus 1 ist der maximale Wert, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn man auch hier runter scrollt, gibt es hier einen kleinen Hinweis, nämlich am 19. Januar, oder zum 19. Januar 2038, wird der Wert zu groß sein, damit man den in einem 32 Bit Integer abspeichern kann. Natürlich war das schon von Anfang an bekannt und die ganzen Systeme sind bis jetzt eigentlich schon alle umgestiegen darauf, dass man dann einen 64 Bit Integer nehmen wird, der dann viele Jahrhunderte noch reichen wird. Und dann ist das ein Problem für eine andere Generation natürlich. So denkt der Mensch. Das heißt, das ist der Unix Timestamp. So kann man den konvertieren. Wie gesagt, da gibt es halt Funktionen für. Das muss man jetzt in der Regel nicht selber schreiben. Und das ist halt eine Kurzform, um eine Datumsangabe eleganter jetzt erstmal abzuspeichern. Eleganter für den Computer, nicht für den Menschen natürlich. Ein Mensch kommt mit einem Datum und einer richtigen Zeitangabe besser klar. Wenn ihr euch generell für Grundwissen der Informatik interessiert, die manchmal auch irgendwie, wenn ihr jetzt ein Studium bald anfangt, auf einmal vom Professor als ja bereits bekannt angesehen werden und ihr startet aber eigentlich von Null und dachtet, hey, im ersten Semester kriege ich auch genau sowas hier beigebracht, was bei den meisten Professoren, wie gesagt, ein bisschen untergeht, dann habe ich einen super Udemy-Kurs für euch, nämlich meinen Einstieg in die Welt der Informatik-Kurs, wo es nicht explizit ums Programmieren geht, sondern um das Ganze drumherum, zum Beispiel, wie wir gesehen haben. Was ist ein Timestamp? Was sind binäre Zahlen? Was ist Aussagenlogik? Wie kann ich mit Aussagenlogik Zahlen addieren oder multiplizieren und so weiter und so fort? Das heißt, wir würden auch verstehen, wie ein Computer eigentlich unter der Haube funktioniert. Natürlich in den Grundzügen, weil der Kurs richtet sich halt an Erstsemester oder Leute, die kurz vor dem Studium stehen und sich schon mal ein bisschen in die Materie einarbeiten wollen. Das heißt, schaut mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort habe ich den Kurs für euch im Rabattcode hinterlegt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo auf YouTube da und ciao, ciao!